Herzlich Willkommen zurück Ich hoffe, ihr habt eure Pfingstferien genossen Viel zu früh Ja, das kann ich leider nicht ändern Dass es viel zu früh ist Aber da haben wir uns ja mittlerweile schon ein bisschen dran gewohnt Wir sehen uns jetzt das erste Mal seit zwei Wochen wieder Ihr habt mich bestimmt genauso sehr vermisst, wie ich euch vermisst habe Habt aber bestimmt auch eure Zeit gut genutzt In der einen Woche, die ihr jetzt mal frei hattet Zum Beispiel habt ihr sie ja vielleicht genutzt Indem ihr mal in die Probeklausur reingeschaut habt Die ich euch online hochgeladen habe Wenn ihr da mal durchgeguckt habt, habt ihr gesehen Ja, es gibt neun Aufgaben, die ihr lösen könnt Und das entspricht jetzt auch etwa dem Umfang Die eine Klausur am Ende haben wird Das heißt, neun Aufgaben, 90 Punkte, 90 Minuten Also im Prinzip eine Minute pro Punkt Wenn ihr die durchgeht, dann versucht das wirklich, wie ich geschrieben habe Einmal so unter Prüfungsbedingungen zu machen Ihr habt jetzt natürlich noch nicht euer selbst geschriebenes DIN A4 Blatt Wahrscheinlich euer Hand beschriebenes mit den Notizen Aber schaut, dass ihr nicht zwischendrin immer wieder nachguckt Wie das denn eigentlich geht Sondern versucht das erstmal so komplett ohne Hilfe Einfach nur mal runterzuschreiben und schaut, wie weit ihr kommt Da kriegt ihr dann auch schon mal ein Gefühl dafür Wo es noch ein bisschen nagt und wo sie hier vielleicht nochmal nachlesen müssen Oder was sie dann halt einfach auf das handbeschriebene DIN A4 Blatt packen Und das sie mitnehmen dürfen Von der Zeit her ist es relativ knapp Das ist aber auch so gewollt Das heißt, seien sie nicht demotiviert, wenn sie da ein bisschen länger brauchen Das ist in Ordnung Mit ein bisschen mehr Übungen kommt man da schon besser hin Und es ist wahrscheinlich auch nicht nötig, dass man jede Aufgabe 100% löst Um dann am Ende auf eine 1.0 zu kommen Bei einer Aufgabe gibt es eine Lösung Hier die Laufzeit von Unique Numbers Die Lösung dafür können sie erstmal natürlich finden Wir werden aber ein paar Wochen nochmal feststellen Dass die Laufzeit, die wir davon jetzt finden würden Eventuell nicht optimal ist Da gibt es dann nochmal eine andere Methode, das zu verbessern Aber da können wir dann auch nochmal drauf zurückkommen Machen sie es erstmal alles mit dem Wissen, das sie bis jetzt haben Ich werde dann auch noch die Lösung dazu hochladen in zwei Wochen Aber so viel Zeit würde ich ihnen jetzt noch geben Dass sie das selber lösen Bei Erfahrung sagt eigentlich Sobald die Lösung mal online ist Macht keiner mehr die Klausur Sondern schaut immer lieber erstmal nach Wie es eigentlich geht So, kommen wir zum neuen Vorlesungsthema Heute geht es um kürzeste Wege und um Dijkstra's Algorithmus Wir haben uns ja jetzt das erste Mal mit Grafen beschäftigt Wir haben festgestellt, was Grafen sind Wir haben zwei Durchlaufstrategien dafür entwickelt Die Breitensuche und die Tiefensuche Morgen ist keine Vorlesung wegen Feiertag Deswegen sind auch alle Übungsgruppen heute Die beiden Übungsgruppen, die eigentlich morgen werden Die finden dann heute auch online statt Zweite Klausur Termin gibt es auch schon Den muss ich nochmal nachgucken, wann der ist Der ist glaube ich in der Woche vor Wintersemester Plus minus eine Woche Aber müsste im Porter eigentlich drinstehen Ein kleiner Tipp für sie Wenn es Zweitklossuren gibt Dann sind die manchmal nach Beginn des nächsten Semesters Oder häufig nach Beginn des nächsten Semesters Und dadurch rutschen die an im Porter schon in das nächste Semester rein Und es kann sein, dass dann die Prüfungstermine eben im nächsten Semester zu finden sind Deswegen müsst ihr da ab und zu auch mal bei Wintersemester schauen Wir haben zwei Graftraversierungsalgorithmen Durchlaufalgorithmen Wir haben uns angeschaut, die Breitensuche Wir breiten uns von einem Punkt weg aus Und die Tiefenzuche, wir gehen immer so weit wie es geht Bis wir nicht mehr weiter können Und dann gehen wir wieder zurück Heute wollen wir eine Erweiterung Und dann schauen nämlich den Dijkstraussalgorithmus Und dieses Bild hier habt ihr schon mal gesehen Das kennt ihr natürlich auch Das ist eine Karte von Trier Und das Problem, was wir jetzt heute und nächsten Mittwoch betrachten wollen Ist einfach die Routenfindung Wir sind zum Beispiel im Trierer Hauptbahnhof Und wir wollen zur Uni Und die Frage ist, wie kommen wir jetzt da hin? Da gibt es natürlich viele Lösungen Zum Beispiel, wir machen Google Maps auf Und wir gucken da einfach mal nach Und dann gibt uns das hier jetzt drei unterschiedliche Lösungen Hier oben rumfahren Ich kann hier rumfahren Das ist beides 26 Minuten Oder wenn ich will, kann ich auch hier unten rumfahren Dauert 29 Minuten Welche für der Routen jetzt die beste ist Das hängt natürlich davon ab Was der Benutzer haben möchte Also vielleicht will man jetzt nur irgendwelche Teile sehen Die man noch nie gesehen hat Vielleicht will man einfach nur möglichst schnell da sein Oder wenn wir uns mal hier links angucken Ist ja auch noch die Steigung eingezeichnet So eine Steigung will man vielleicht Wenn man mit dem Fahrrad fährt Nicht unbedingt haben Also vielleicht muss man auch noch mal ein bisschen auf die Steigung achten Aber das sind alles eigentlich objektiv berechenbare Funktionen Bis auf natürlich, wenn jemand sagt Okay, da schaut es einfach schön aus Sowas kann man natürlich nicht modellieren Private Helikopter wäre auch eine Option Aber dann wäre das Problem ziemlich uninteressant Also im Prinzip läuft es darauf raus Wir wollen uns ein Netzwerk basteln Wir wollen uns ein Grafen basteln Und wir wollen da jetzt einen Weg finden Der irgendeine gewisse Funktion optimiert In den meisten Fällen ist es einfach nur die Distanz Aber wenn man jetzt zum Beispiel noch auf Verkehr achtet Dann ist es vielleicht eher die Dauer, die man hat Und Google benutzt da im Hintergrund auch schon ganz schön viele Algorithmen Die dynamisch immer wieder alles anpassen Dass jetzt eben gerade irgendein Weg der Beste ist Aber in einer Stunde, wenn jetzt der Berufsverkehr ein bisschen abgetaut ist Dann ist es vielleicht auch besser hier lang zu fahren Wie wir hier sehen, es gibt nicht unbedingt den besten Weg Wenn ich andere frage, zum Beispiel OpenStreetMap Dann sagt mir das einfach hier Fahr hier oben rum Zum Beispiel, wenn ich das Graph-OP einstelle Wenn ich OSRM einstelle Dann sagt er mir hier, fahr da rum Also Gibt mir zwei unterschiedliche Wege auch aus Radwanderland habe ich noch gefunden Das sagt, ich fahr hier außen rum Das gleiche sagt der Radroutenplaner Deutschland Also im Prinzip war das jetzt meistens dieser Weg Manche schicken uns so rum Aber den Weg hier mittendurch, der eigentlich genauso lang ist Den hat von den anderen Seiten keiner gefunden Und den hier unten hat auch keiner ausgegeben Wir wollen das jetzt aber natürlich erstmal modellieren Also das Problem Routenplanung wollen wir jetzt Irgendwie modellieren Dass wir das lösen können Und dass wir den Algorithmen drauf anwenden können Und so eine Karte Besteht ja aus mehreren Abschnitten Aus mehreren Teilen Ich habe da jetzt mal so die wichtigsten draus geschrieben Also wir haben Kreuzungen Wir haben Straßenabschnitte Wir haben Einbahnstraßenabschnitte Und wir wollen das Ganze jetzt irgendwie modellieren Also Was machen wir mit Straßenkreuzungen? Wie gehen wir mit denen um? Was machen wir daraus? Was? Genau, das wären die Knoten Was sind dann die Straßenabschnitte? Genau, die Straßenabschnitte sind dann Kanten Aber wenn wir es ein bisschen genauer nehmen wollen Was für Kanten sind das denn? Das sind ungerichtete Kanten, ja Genau Das Ding ist, wir haben natürlich noch diese Einbahnstraßen Und die müssen wir durch gerichtete Kanten machen Das heißt, wir werden auf jeden Fall Den gerichteten Graphen brauchen Deswegen machen wir aus Straßenabschnitte Zwei entgegengerichtete Kanten Damit wir uns in einem gerichteten Graphen aufhalten können Und hier nur eine Kante in eine Richtung Aber was machen wir jetzt mit der Fahrzeit? Wenn wir irgendeinen Straßenabschnitt haben Wir haben da die Fahrzeit Dann wollen wir das jetzt auch irgendwie modellieren Das kann man da machen Kantenlänge, ja Wir benutzen hier jetzt was Neues Nämlich wir geben jeder Kante ein Gewicht Und das Gewicht entspricht jetzt der Fahrzeit Das mit der Kantenlänge Das funktioniert sehr gut Solange wir eben einfach nur eine ebene Fläche haben Und wir nur die erklidischen Distanzen brauchen Dann können wir das durch Kantenlängen modellieren Im Allgemeinen ist es aber leider so Zum Beispiel, wenn ich direkte Verbindungen nehme Und die ist flach, geht das gut Aber wenn ich hier jetzt außenrum fahre Und ich muss hier einmal den Berg hoch Und dann wieder runter Dann kriegt man das nicht mehr durch Kantenlängen modelliert Das ist tatsächlich ein empisch schweres Problem Ein schönes Problem aus der Graphenvisualisierung Wenn man vorgeschriebene Kantenlängen haben Können wir dann das Ganze immer noch irgendwie zeichnen Wenn man Beispiele anschaut Ist es häufig aber so Dass einfach die Kantenlänge als Gewicht verwendet wird Weil es halt einfach schön anschaulich ist Und es hängt auch meistens schon ziemlich zusammen Eine längere Kante hat normalerweise auch höheres Gewicht Aber halt nicht immer Und das Straßennetz selber ist dann ein gerichteter Graph Der ist gewichtet Das sind jetzt eben diese Kantengewichte Und er ist zusammenhängend Und zusammenhängend heißt halt, dass jeder Knoten von jedem anderen erreichbar ist Dass wir mal den zeichnen, dass halt alles irgendwie zusammenhängt Und wir dann nicht irgendwie zwei unterschiedliche Komponenten haben, die nicht verbunden sind Im Übungsblatt habt ihr auch nochmal eine Aufgabe über starken Zusammenhang für gerichtete Graphen Dann sieht man da vielleicht nochmal ein bisschen schöner den Zusammenhang Und das Problem, das wir jetzt haben, ist natürlich Wir haben irgendeinen Startpunkt und einen Zielpunkt Und das sind jetzt natürlich einfach nur Knoten aus unserem Graphen Jetzt haben wir da Knoten S, da fangen wir an Und der Knoten T, da hören wir auf Und was wir dann suchen Ist ein ST-Weg Also ein Weg von S nach T Das heißt eine Folge von Kanten Wo die erste bei S anfängt Die letzte bei T aufhört Und wo wir dann am Ende ankommen Und dieser Weg Soll halt das Gewicht der Kanten minimieren Also das Gesamtgewicht dieses Weges Beziehungsweise die Summe der Gewichte aller Kanten Auf diesem Weg soll minimal sein Unter allen ST-Wegen, die es in diesen Graphen gibt Das kann man sich auch wieder modellieren Natürlich, man kann auch Zeiten für die Knoten einspeichern Aber braucht man nicht unbedingt Weil das kann man sich auch wieder durch Kanten modellieren Man kann sich für einen Knoten Also eine Kreuzung Wir kommen an und wir gehen raus Das ist jetzt irgendwie auch zu zeigen Ohne zu zeichnen Aber ich kann hier schnell Alp aufmachen Nein, Moment Das funktioniert, gut Also Wir haben hier einen Knoten Und Wir haben hier jetzt mehrere Möglichkeiten anzukommen Und mehrere Möglichkeiten raus zu gehen So Wenn wir jetzt sagen Okay, wenn wir an diesen Knoten ankommen Dann brauchen wir jetzt nochmal Eine Minute, bis wir weiterfahren können Dann können wir das natürlich recht einfach modellieren Indem wir den einfach aufspalten Machen das so Und jetzt haben wir Eine Kopie von einem Knoten Wo nur die eingehenden Kanten sind Eine Kopie, wo nur die ausgehenden Kanten sind Und eine Kante dazwischen Die uns die Wartezeit modelliert Also da wird jetzt zum Beispiel eine Minute dran stehen Wenn wir hier ankommen Müssen wir eine Minute warten Bis wir wieder rausgehen können Und dann kommt man komplett drum rum Dass man auch Gewichte auf die Kanten schreibt Dessen kann man es wieder nur über die Kanten machen Und das macht das Problem ein bisschen einfacher Die Knoten Also das hier ist jetzt zum Beispiel Knoten V Das können wir uns aussuchen Was man hier häufig benutzt Man sagt halt Okay, das ist jetzt vielleicht V- Und das hier ist V+, weil es bei einem nur reingeht Und bei anderen nur raus Aber für die Algorithmen sind ja die Beschriftungen Die wir haben eigentlich völlig unwichtig Das sind ja nur Namen, die wir uns aussuchen Damit wir da irgendwie drauf zugreifen können Bzw. dass wir uns irgendwie drauf beziehen können Also in dem Fall Wurde das Ganze jetzt so ausschauen Wir nehmen unsere Karte Und wir nehmen alle diese Kreuzungen Haben hier Knoten gesetzt Und alle diese Verbindungen Dazwischen alle Straßen Sind jetzt eben Kanten geworden Das heißt eigentlich Verlieren wir jetzt die kompletten Informationen Von der Karte Und für unseren Computer gibt es jetzt nur noch Diesen schönen Graph Dieses schöne Netzwerk hier Wo dann eben nochmal an den Kanten Die Distanzen dran stehen Beziehungsweise die Fahrtdauer Aber allein wenn man sich den schon anschaut Und nur die euclidischen Distanzen nimmt Seht man schon mal eine ganz gute Struktur Und kann da eigentlich schon mal raten Wie dann ungefähr der kürzeste Weg sein will Ohne jetzt die genauen Distanzen zu kennen Formulieren wir also das Problem Wir haben gegeben Einen gerichteten Zusammenhängenden Graphen Der aus einer Knoten- und Kantenmenge Natürlich besteht Und wir haben nicht negative Kantengewichte Also jeder Kante Wird ein Gewicht aus Q0 plus Zugewiesen Also eine reelle Zahl Die 0 sein kann Oder sonst nur positiv Wir können also Kanten haben Da kostet es uns nichts Lang zu gehen Das kann man sich vorstellen Wie Da kann man sich rüber teleportieren Aber wir können halt Keine Kanten haben Bei denen wir in der Zeit zurücklaufen Und das schafft man nicht In der Praxis hat man auch sehr selten Kanten Mit Gewicht 0 Aber im Prinzip ist es möglich Also unser Graph schaut jetzt Vielleicht so aus Wir haben hier manche Kanten in beide Richtungen Manche Kanten in nur eine Richtung Und wir haben hier jetzt die Gewichte dran stehen Zusätzlich haben wir natürlich Startknoten Und Zielknoten Und die Ausgabe ist jetzt der kürzeste ST-Weg Das heißt der Weg Wo die Summe der Gewichte der Kanten Minimal ist unter allen ST-Wegen Und die Darstellung Die machen wir genauso Wie bei der Breitensuche Und gewissermaßen auch bei der Tiefensuche Indem wir diesen Vorgängerzeiger Pi verwenden Also für jeden Knoten Ist Pi der Vorgänger Das kann ein anderer Knoten aus V sein Oder es kann auch Nil sein Wenn es noch keinen Vorgänger hat Und zwar der Vorgänger auf einem kürzesten SV-Weg Es kann natürlich mehrere geben Zum Beispiel von S nach T Können wir hier so entlang gehen Und jetzt wäre der Vorgänger von B An der Stelle C Wir hätten aber auch die Option Einfach von A nach B rüber zu laufen Weil das kostet auch 6 Hier haben wir 2 bis 4 gebraucht Hier brauchen wir 6 Also wäre auch eine Möglichkeit für B Dass der Vorgänger A ist statt C Je nachdem wie man sich halt bei A entschieden hat Dass man weiterläuft Wir passen das Heute erstmal noch ein bisschen an Wir lösen heute eigentlich ein bisschen was stärkeres Indem wir eben diesen Zielknoten erstmal vergessen Wir haben jetzt nur einen Startknoten gegeben Und wir wollen jetzt für jeden anderen Knoten Den kürzesten S-T-Weg finden Das heißt wir wollen jetzt für jeden einzelnen Knoten rausfinden Was ist denn der kürzeste Pfad von S zu diesen Knoten Nächste Woche nehmen wir dann das T wieder rein Und schauen ob wir es dann vielleicht schneller machen können Für heute erstmal für jeden einzelnen Knoten Dadurch kriegen wir dann ähnlich wie bei der Breitensuche Wieder so einen schönen kürzesten Wegebaum raus Aus dem man sich dann nur durch diese Vorgänger durchhangeln kann Und für jeden einzelnen Knoten neben diesem kürzesten Weg Sich speichern und auch ausgeben kann Bevor man uns den Algorithmus anschaut Hier eine Nebenbemerkung Es gibt auch analoge Berechnungsverfahren Also Verfahren bei denen man keinen Computer braucht Wenn wir jetzt nur herausfinden wollen Was ist denn der kürzeste Weg von S nach T Haben Sie da eine Idee Wie man das dann vielleicht machen könnte? Ja bitte Also ich hätte jetzt gesagt, das war die Tiefensuche Wenn wir jetzt den Startpunkt S nehmen Dann würden wir die Tiefensuche für jede ausgehende Kante nehmen Und dann vergleichen Welche Summe dann die kleinste ist für jeden Punkt Und diesen daneben Das kann man machen Das Problem dabei ist, dass man, wenn man alles ausprobiert Dass man sehr schnell in den Exponentialzeit-Algorithmus reinrutscht Wenn man jeden möglichen Pfad sich anschaut Man müsste sich da jetzt nochmal extra Informationen speichern Damit man nicht zu viel macht Aber wenn wir uns jetzt einfach nur angucken Von S nach C Wir können so gehen Oder wir können so gehen Nach B können wir dann schon den Weg gehen Oder den Weg gehen Oder den Weg gehen Da haben wir jetzt schon drei unterschiedliche Möglichkeiten Und beim nächsten Knoten verdoppelt es sich dann wieder Dann verdoppelt es sich wieder Und dann kommt man insgesamt auf 2 hoch N Oder 2 hoch O von N unterschiedliche Pfade Und dann ist der Algorithmus sehr langsam Das ist alles ausprobieren Das ist dann meistens recht ineffizient Kanten summieren von S nach T Ja, die Kanten müssen wir summieren Aber da müssen wir natürlich auch erstmal wissen, welche Also hier haben wir es jetzt schon schön orange markiert Das hier wäre jetzt ein Weg So kriegt man natürlich die Länge des Wegs raus Wenn wir den haben Aber wenn wir den noch nicht haben Und den erstmal finden wollen Müssen wir natürlich was machen Alternativ könnte man ja auch Wenn man jetzt einen Zielpunkt hätte Eine Luftlinie vom Startpunkt zum Zielpunkt zeichnen Und dann halt bloß die Knoten und Kanten Die in der direkten Umgebung dieser Luftlinie liegen Summieren oder untersuchen Da kommen wir dann schon zu Verbesserungen Was Richtung nächste Woche geht Dass man sich eben gar nicht alles anguckt Sondern nur Knoten, von denen man ausgeht Dass es einen Sinn macht, da lang zu gehen Also wenn ich von hier nach da gehe Dann gucke ich nicht erstmal, was passiert denn eigentlich hier drüben Sondern schau mir nur das in dem Bereich an Aber das muss man heute natürlich nicht machen Weil man für jeden Knoten ein Zielknoten finden will Worauf ich raus wollte Analoges Berechnungsverfahren ohne Computer Ist eine Möglichkeit Das physisch zu modellieren Weil also mache ich zu sowas dann immer ein kleines Video Wie mit den Karten Das habe ich jetzt abonniert Nicht geschafft Und zwar Wir können einfach Ein Seil nehmen Und wir unterteilen das In Stücke Wobei die Länge Jeweils diesem Gewicht entspricht Und jetzt bin ich mal wieder im Weg Das schaut dann etwas so aus Wir können für jeden Knoten In dieses Seil Tatsächlich einen Knoten reinmachen Und die sind dann halt durch ein Seilstück verbunden Das eben dem Gewicht der Kante entspricht Und wenn ich hier jetzt den kürzesten Weg finden will Dann nehme ich mir einfach den Startknoten in die Hand Den Endknoten in die Hand Und ich ziehe Und der kürzeste Weg Wird dann so wie hier halt gerade sein Und alle anderen Kanten Alles was länger ist Das hängt darunter Und dann kann ich mir einfach angucken Ja welche Knoten liegen denn hier jetzt dazwischen Und dann haben wir den kürzesten Weg gefunden Und das ist jetzt wieder so eine Art von Algorithmen Die wir machen können Wir können einfach mal ziehen Wir können die Physik ausnutzen Und kriegen dadurch schnell eine Lösung Aber der Computer kann das nicht machen Der kann nicht einfach an einem Seil ziehen und gucken Was kommt denn raus Natürlich müssen wir uns erstmal das hier zusammenbasteln Wir müssen da erstmal ein Seil verknoten Und die Verbindungen reinmachen Was natürlich allein schon viel mehr Zeit kostet Als ein Computer braucht Um das auszurechnen Aber wenn wir es mal haben Egal wie groß das ist Einfach nur einmal ziehen Und wir sind fertig Wenn der Computer da rechnen muss Wir wollen uns erst nochmal kurz mit erholen Wie dann die Breitensuche ausgeschaut hat Ihr habt die natürlich alle noch sehr gut in Erinnerung Deswegen gehen wir es jetzt nur schnell durch Wir hatten einen Startknoten Am Anfang ist der Rot Hat Distanz Null Alle anderen haben Distanz Unendlich Und wir packen den in eine Schlange rein Gucken alle Nachbarn an Setzen bei denen die Distanz Auf Distanz von den Knoten plus 1 Und setzen die Vorgängerkante fest Und nehmen sie in die Schlange mit auf Bis dann unser Knoten fertig ist Dann nehmen wir den nächsten Und suchen von dem weiter Finden jetzt also alle Die Distanz 2 haben Ausgehend von R und von V Und setzen da auch jeweils wieder Die Vorgängerknoten Bis wir am Ende nur noch Rote Knoten übrig haben Und dann natürlich schnell durch sind So haben wir uns hier Jetzt den kürzesten Wegebaum gesammelt Wir haben für jeden einzelnen Knoten Rausgefunden was ist denn Die kürzeste Distanz von S Und über diesen Baum Können wir auch den Weg selber anschauen Und das ist eigentlich auch schon Eine Lösung für unser Problem Unter der Annahme Dass alle Kanten eben Gewicht 1 haben Wenn wir davon ausgehen Alle haben Gewicht 1 Dann wäre jetzt der kürzeste Weg Von S nach V Die Kante kostet mich 1 Die Kante kostet mich 1 Sind wir bei V angekommen Also eigentlich löst dieser Algorithmus Schon mal Unser Problem Aber Wir müssen ihn halt jetzt noch Ein bisschen erweitern Damit wir mit diesen Kantengewichten umgehen können Die eben nicht 1 sind Und das ist genau dann Der Deichstraik-Algorithmus Die Laufzeit hiervon War V plus E Wir hatten Uns die Knoten angeschaut Für jeden Knoten Mussten wir einmal Enque oder Deque machen Und in dieser For-Each-Schleife Mussten wir einmal Die Adressenzlisten durchgehen Das heißt Wir haben uns da noch mal Jede Kante angeschaut Die Ausbreitung Von dieser Breitensuche Haben wir uns auch angeschaut Wir haben Startknoten Wir breiten uns so Wellenförmig aus Das heißt Wir haben hier alle Mit Distanz 1 Alle mit Distanz 2 Alle mit Distanz 3 Und so weiter Und das geht einfach so Kreisförmig Von dem Knoten weg Wenn wir uns das hier Nochmal wie auf dieser Karte Angucken Das wären jetzt Alle Die blauen Knoten Alles was man Mit Distanz von 9 Erreichen kann Und Für den Dijkstra Algorithmus Sind eben jetzt Die Kanten unterschiedlich schwer Das heißt Die Ausbreitung Ist jetzt nicht mehr So kreisförmig Sondern so ein bisschen Deformiert Das würde zum Beispiel So ausschauen Das hier sind alle Knoten Die man Mit Distanz 1 Oder mit Zeit 1 Erreichen kann Alle mit Zeit 2 Alle mit Zeit 3 Und dadurch Dass eben die Gewichte unterschiedlich sind Kann es sein Dass bei man die Richtung Schneller vorwärts kommen Also Mit Zeit 5 Würde man hier Hinkommen Oder an anderen Stellen Weniger Zum Beispiel nur hier Und wenn wir uns das wieder Hier drauf beziehen Hier Wollten wir Einen kürzesten Weg Von unserem Start Zu unserem Endknoten Zum Zielknoten finden Und wenn wir einfach Davon ausgehen Überall kommen wir Gleich schnell durch Dann ist es natürlich Einfach nur hier Mittendurch Aber ihr kennt es ja Sicher auch Wenn man hier jetzt Durch einen Wald läuft Oder wenn man In einem Spiel Durch Wasser laufen muss Oder durch einen Sumpf Dann braucht man Dann natürlich länger Als wenn man einfach Die Straße lang geht Also wir können Hier jetzt davon ausgehen Diese grünen Knoten Wenn wir über die laufen wollen Dann sind unsere Kanten teurer Und dann schaut das Ganze Etwa so aus Wenn wir uns jetzt einfach Nur die gleiche Zeit anschauen Auch wieder Distanz 9 Oder Hier ist sogar ein bisschen Sind wir schon ein bisschen weiter Dann kommen wir eben Hier oben hin Aber mittendurch Kommen wir nur bis hier Und wenn man das jetzt Fortführt Dann wird man sehen Der kürzeste Pfad hier Geht gar nicht mehr Durch die Mitte Sondern geht hier außenrum Wenn es eben Schwer genug ist Durch dieses Gelände Hier in der Mitte zu kommen Und das ist die Idee Dahinter Und wir gucken uns Den Algorithmus jetzt an Den hat der Der hat der Etzger Dijkstra Gefunden Schaut aus Wie die Darstellung Von Bergen Ja das schaut ein bisschen aus Wie die Darstellung Von Bergen Genau Bei Bergen Hat man ja Ja man hat ja Im Prinzip dargestellt Wie Diese Höhen Bereiche Also alles was hier Da ist Hat ungefähr die gleiche Höhe Dann ist er ein bisschen Niedriger hier Ein bisschen niedriger hier Ein bisschen niedriger hier Das entspricht dem ja schon Weil wenn wir hier Teile haben Die näher beisammen sind Dann heißt das Wir brücken dann Eine deutlich größere Höhe An der Stelle Das heißt wir müssen Länger laufen Um über Sowas Rüber zu gehen Das mehrere Riffelungen hat Weil eben der Höhenunterschied Zu hoch ist Und dadurch Wird die Tante Die Kante Schwerer Da gibt es schon Einen Zusammenhang Dazwischen Der Deichser hat Den Algorithmus 1959 Entworfen In Ein Paper A Note on two problems In connection With graphs Damals hat man Connection noch mit X geschrieben Anscheinend Und Der Artikel selber Ist relativ Kompakt Also es sind einfach Nur zwei Seiten Heißt alles was wir Heute machen Steht eigentlich In diesen zwei Seiten Drinnen Und kann man Auch dort nachlesen Zwei Seiten Könnt ihr aber Bestimmt schneller lesen Als mir eineinhalb Stunden So zu hören Aber Die Informatik War damals noch nicht So ausgeprägt Wie heute Also Wenn man sich mal Nur diesen Satz Das steht hier Rangesummt Den letzten Satz Durchliest Sagt er Diese Lösung Ist besser Als die Lösung Von Ford Und von Bersch Weil wir nicht So viel speichern Müssen Und Es scheint Schneller zu sein Das ist die ganze Laufzeitanalyse Es schaut so aus Als wäre es Deutlich schneller Da war noch Nichts mit Ohnnotation Mit Analysieren Wie viele Vergleiche Brauchen wir Da war es einfach Ja Schaut Schaut gut aus Tatsächlich kann man auch Beweisen Dass er schneller Schneller ist Als die Algorithmen Von Ford Und Bersch Aber Nachdem wir die Jetzt nicht Angucken wollen Schauen wir uns Natürlich Heute einfach nur an Was ist denn die Laufzeit Von dem Algorithmus Saber Und Entworfen hat er Den eigentlich nur Um auf diesen Schönen Heimcomputer Von damals Der Armmark 1960 Um zu zeigen Was der denn Eigentlich kann Es war eigentlich Nur so eine Tech Demo Um zu zeigen Hier guck mal Der kann Kürzeste Wege Berechnen Dieser Computer Wenn ich das So und so Mach Computer Die wir heutzutage Haben Sind natürlich auch Ein bisschen Kompakter Also In unterschiedliche Richtungen gegangen Die Papers Sind länger geworden Die Computer Aber kleiner Schauen wir uns das mal an Wir haben Hier unsere Breitensuche Wir haben hier Jetzt Ein Graphen Ich habe hier Jetzt manche Kanten Mit Pfeil In beide Richtungen Das entspricht Im Prinzip Den Ich würde Eine Kante Von S Nach R Machen Und eine Kante Von R Nach S Die beide Das gleiche Gewicht Haben Das ein bisschen Abzukürzen Zeichne ich Die halt einfach In beide Richtungen Das darf man Jetzt natürlich Nicht machen Wenn man In die eine Richtung Länger Braucht Das in die Andere Dann muss Das wieder Aufteilen Gehen wir mal Durch Was müssen Wir denn Anpassen Erstmal Unsere Eingabe Wir haben Zusätzlich zum Grafen Und im Knoten Auch noch Die Kanten Gewichte Das heißt Wir schreiben Hier Jetzt erstmal Edge Die Kanten Gewichte W Mit rein In die Eingabe Für unseren Dijkstra Algorithmus Und jetzt Spulen wir Dann einfach mal So durch Wir starten Genauso wie bei der Breitensuche Hier beim Knoten S Wir setzen erstmal Die Distanz Davon auf 0 Alle anderen Haben unendlich Der wird jetzt droht Das heißt Die Initialisierung Machen wir genauso Wie vorher Bei der Schlange Da ändern Wir jetzt Aber ein Bisschen Was Können wir uns Nochmal Angucken Wir hatten Vorher Eine Schlange Da war Nur Der Knoten S drin Und wir Haben In diese Schlange Einfach Immer nur Die Knoten Reingepackt Die wir Bisher Gefunden Haben Was wir Jetzt aber Machen Wollen Ist Wir wollen Die Knoten Die wir Gefunden Haben Nicht In der Reihenfolge Raus nehmen In der Sie gefunden Wurden Sondern wir Wollen Immer den Näesten Knoten Als nächstes Nehmen So immer Den Bei dem Die Distanz Bisher Die Kürzeste Ist Das war Bei der Breitensuche Genau das Gleiche Den wir Zuerst Finden Für den Kann man Beweisen Die Distanz Für den Ist geringer Als die Von allen Anderen Später Aber Wenn wir Uns Jetzt einfach Nur mal S Anschauen Angenommen Wir gehen Zuerst Nach W Und Dann Nach R Dann hätten Wir Hier Jetzt Die Distanz 5 Hier Die Distanz 1 Und Wir Haben Jetzt aber W Zuerst Gefunden Aber Die Distanz Davon Ist Größer Deswegen Wollen Wir Jetzt Nicht Mit Dem Anfangen Sondern Stattdessen Mit R Das heißt Wir benutzen Eine Prioritäts Schlange Und In Diese Prioritäts Schlange Schmeißen Wir Alle Knoten Rein Und Zwar Als Schlüssel Verwenden Wir Die Distanz Das heißt Bei uns Schaut Das Jetzt Am Anfang So Aus Wir Haben Hier Unsere Schlange Ganz Vorne Haben Wir Knoten S Mit Distanz 0 Und Dann Alle Anderen Knoten Mit Distanz Unendlich Und Statt Einfach Nur DQ Zu Machen Benutzen Wir Jetzt Natürlich Extract Min Also Wir Wollen Den Knoten Raus Nehmen Bei Dem Die Distanz Bisher Minimal Ist Am Anfang Natürlich Unser Knoten Ist Und Von Dem Aus Machen Wir Jetzt Hier Weiter Wie Breiten So Wir Schauen Uns Alle Seine Nachbarn An Das Sind In dem Fall R Und W Die stehen Stelle Und Wir Gehen Hier Unsere Abfrage Durch Also Ein Astrod Eingefärbt Haben Hier Schon Gemacht Dann Muss Man Die Distanz Festlegen Distanz Von S Nach R Haben Wir Damals Gesagt Ja Das Distanz Zu S Plus 1 Einziger Unterschied Ist Hier Jetzt Wir Machen Jetzt Nicht Plus 1 Sondern Wir Machen Plus Das Gewicht Der Kante So Hier In dem Fall Geht Sich Das Noch Gut Aus Kost 1 Hier Rüber Zulaufen Schreibt Man Eine 1 Aber Wenn Wir Hier Runter Gehen Hier Wirst Jetzt 5 Kosten Also Schreibt Man Hier Eine 5 Den Vorgänger Können Wir Ganz Genauso Wie Vorher Wieder Berechnen Den Packen Wir Einfach Dran Mit Diesem Zeiger Aber NQ Macht Jetzt Natürlich Keinen Sinn Die Sind Ja Schon Alle In Unser Prioritäts Schlange Drin Also Was Würdet Ihr Vorschlagen Was Machen Wir Hier Statt NQ Auf Diesen Beiden Neuen Knoten DQ DQ Max Ne Wir Wollen Da Nichts Rauswerfen Eigentlich Die Sollen Schon Noch Drin Bleiben Was Machen Wir Dann Erreichen Die Sind Momentan Stehen Sie Hier Mit Unendlich Aber Eigentlich Wollen Wir Dass Da Jetzt Auch Wieder Die 5 Dran Steht Genau Das Heißt Wir Müssen Da Verschieben Und Dafür Die Prioritäts Schlange Die Funktion Decrease Key Übernehmen Den Knoten Und Den Schlüssel Dafür Den Verringern Wir Jetzt Auf Die neue Distanz Und Hier ist Jetzt ganz schön Dass die Distanzen Eigentlich nur Kleiner Werden Die Können Größer Größer Werden Wenn Kürzesten Pfad Berechnen Das Heißt Wir Können Hier Tatsächlich Immer Decrease Anwenden Also R Bekommt Jetzt Als Neuen Schlüssel Die Eins Und Rutscht Dementsprechend Hier Vor W Bekommt Als Neuen Schlüssel Die Fünf Und Rutscht Jetzt Entsprechend Hier Vor Und Jetzt Bei Knoten S Blau Und Wir Machen Ganz Nochmal Weiter Wir Schmeißen Den Knoten S Jetzt Aber Aus Unser Schlange Raus Wie Wir Gesehen Haben Hier Extract Min Gemacht Der Ist Hier Jetzt Komplett Weg Jetzt Nur Noch Alle Anderen Knoten Drinnen Das Wenn Wir Jetzt Wieder Durch Unsere Schleife Gehen Würden Wir Jetzt Wieder Das Minimum Nehmen Das Heißt Der Rote Knoten Bei Den Die Distanz Die Wir Bisher Und Den Schmeißen Wir Dann Auch Aus der Schlange Raus Und Für Den Gehen Wir Jetzt Wieder Durch Alle Adjacenten Knoten Heißt Wir Finden Erst V Und Setzen Da Die Distanz Fest Das Wird Eine 8 Der Vorgänger Ist R Und Es Rutscht Hier Vor Jetzt Finden Wir Als nächstes W Und Jetzt Sehen Wir Noch Mal H Es Gibt Noch Mal Ein Problem Weil Wir Haben Hier Momentan Die Abfrage Wir Machen Eigentlich Nur Was Wenn Der Knoten Weiß Ist Also Wenn Den Knoten Noch Nicht Gefunden Haben Aber Wenn Wir Das Hier Jetzt Mal Anschauen Wir Haben Bisher Einen Pfad Zu W Gefunden Der Länge 5 Indem Wir Einfach Diese Kante Nehmen Aber Es Gibt Natürlich Auch Einen Pfad Der Länge 4 Indem Wir Kostet Das Heißt Wir Müssen Hier Ist Es Dann Schneller Zu Unser Knoten V Zu Kommen Wenn Wir Erst Nach U Gehen Und Dann Diese Kante Benutzen Als Das Was Wir Bisher Gefunden Haben Zum Beispiel Ist V Punkt D Die 5 U Punkt D Die 1 Und Gewicht Von UV Ist Die 3 Das Ist Kleiner Das Heißt Wir Haben Kürzer Weg Gefunden Also Gehen Wir Hier Wieder In Unseren Block Rein Der Ist Schon Rot Aber Wir Aktualisieren Den Weg Und Wir Legen Den Zeiger Um Und Hier Wird Auch Wieder Der Schlüssel Verringert Dann Schauen Wir Uns Natürlich Noch Mal Als Nachbar Den Knoten S An Der Hat Distanz 0 Wenn Man Über R Gehen Würde Wäre Die Distanz 2 Das Heißt Diese If Abfrage Ist Nicht Erfüllt Also Brauch Man Nicht Machen Und Unser Graf Schaut So Aus Nimm Wieder Den Kleinsten Raus Das W Schauen Alle Nachbarn An Finden Die Beiden Hier Drüben Natürlich Da Wird Gewicht Auf 6 Und 8 Beziehungsweise Distanz Auf 6 Und 8 Gesetzt Wir Wir Finden Auch Die Beiden Hier Die Blauen Da Ist Aber Natürlich Distanz Deutig Kürzer Deswegen Brauchen Nicht Über 4 Über W Dahin Gehen Wir Schmeißen Den Raus Jetzt Ist Der Nächeste Das T Das Heißt Wir Starten Hier Schauen uns Wieder Die Nachbarn An Beim Blauen Macht Es Nie Sinn Aber Wir Haben Den Kürzesten Weg Den Neuen Kürzeren Weg Zu X 1 3 4 Distanz 8 Aber Wenn Wir Jetzt Über T Laufen Mit Der Kante Dann Haben Wir Natürlich Nur Distanz 7 Und Können Hier Wieder Den Vorgänger Umsetzen Guter Hinweis Wofür Braucht Wir Dann Noch Die Farben Kommen Gleich Dazu So Wir Sind Jetzt Durch Heißt Wenn Wir Jetzt Einfach Nur Den Weg Nach T Finden Wollen Dann Kommen Wir Einfach Diese Vorgänger Kanten Abgehen Und Würden Jetzt Diesen Weg Finden Und Tatsächlich Die Farben Brauchen Wir Eigentlich Gar Nicht Mehr Wir Benutzen Die Überhaupt Nicht Mehr Wir Setzen Die Zwar Immer Hier Wird Eine Farbe Gesetzt Hier Auch Hier Auch Hier Auch Aber Die Wird Nie Ausgelesen Also Eigentlich Können Wir Hier Jetzt Die Farben Rausschmeißen Aus Dem Algorithmus Ich Habe Es Jetzt Eigentlich Erstmal Nur Der Anschaulichkeits Halber Noch Dringelassen Weil Ich Finde Es Eigentlich Recht Schön Wenn Man Sieht Die Blauen Knoten Sind Genau Die Für Die Wir Schon Fertig Sind Bei Den Wird Sich Nie Wieder Was Ändern Die Roten Sind Die Die Haben Wir Schon Mal Gefunden Aber Sind Uns Noch Nicht sicher Und Die Weißen Sind Die Die Haben Wir Noch Noch Nicht Angeschaut Also Die Farben Geben Uns So Ganz Schön Auskunft Über Den Status Der Einzelnen Knoten Hier Zu Dem Zeitpunkt Wissen Die Zwei Sind Fertig Die Zwei Haben Wir Schon Gefunden Sind Aber Noch Nicht Sicher Und Die Haben Noch Gar Nicht Angeguckt Wieso Hat V Nur Eine Richtung Ich Laufen Kann Aber Nicht Mehr Zurück Darf Man Kann Natürlich Schon Natürlich Wieder Kleine Demo Vorbereitet Die Seite Kennt Ihr Schon Mit Dem Breitensucher Algorithmus Der Auf Dem Grafen Hier Einmal Durchläuft Ein bisschen Schneller Und Jetzt Können Wir Hier Natürlich Den Dijkstra Algorithmus Verwenden Und Auf Dem Gleichen Graphen Haben Alle Kanten Das Gewicht 1 Und Wenn Wir Den Algorithmus Hier Jetzt Durch Laufen Lassen Dann Sollten Wir Am Ende Genau Das Gleiche Wie Bei Der Breitensuche Raus Kriegen Wir Sagen Sollten Es Muss Nicht Unbedingt Sein Es Hängt Ja Selbst Bei Wenn Ich Zweimal Die Breitensuche Anschmeiß Kann Ich Unterschiedliche Ergebnisse Kriegen Je Nachdem Wie Wir Uns Hat Bei Den Kanten Immer Entschieden Haben Welchen Weg Wir Nehmen Also Welche Kante Wir Zuerst Nehmen Dem Entsprechend Kann Es Unterschiedlich Ein Kürzeste Pfade Geben Ob Ich Jetzt Zuerst Zu Dem Knoten Gehe Dann Finde Ich Diesen Pfad Zuerst Oder Ob Ich Zuerst Zu Dem Knoten Gehe Dann Finde Ich Diesen Pfad Zuerst Das Und Einmal Das Schaut Genau Gleich Aus Aber Interessanter Ist Natürlich Wenn Wir Hier Jetzt Die Gewichte Ein Bisschen Anpassen Und Nicht Mehr Alle Kanten Gewicht Eins Haben Und Jetzt Können Wir Das Hier Ganze Natürlich Schrittweise Durchgehen Nehmen Erstmal All Diese Kanten Wir Setzen Distanzen Fest Jetzt Machen Wir Weiter Mit Der 1 Das Der Rote Knoten Mit Der Geringsten Zahl So Kommen Auch Ein Bisschen Drum Rum Dass Wir Uns Diese Prioritäts Schlange Visualisieren Wir Nehmen Einfach Den Roten Knoten Wo Die Zahl Am Geringsten Ist Und Wenn Wir Uns Jetzt Hier Nachbarn Anschauen Sehen Hier Geht Schneller Hin Also Müssen Wir Das Umsetzen Und Jetzt Muss Man Mit EINEM Dieser Beiden Weitermachen Aber Welcher Der Beiden Das Kann Sich Der Algorithmus Aussuchen Und Er Nehmt Jetzt Den Hier Drüben Und Spiel Das Ganze So Weiter Und Jetzt Haben Wir Für Diesen Graphen Tatsächlich In Anderen Kürzesten Wegepfad Gefunden Wenn Wir Einmal Nur Vergleichen Breitensuche Ist Distanz Hier Zwei Wir Gehen Hier Einfach Diese Zwei Kanten Entlang Bei Der Dijkstra Ist Die Distanz Sechs Und Die Anzahl Der Kanten Ist Einfach Immer Nur Das Was Uns Die Breitensuche Ausgeben Würde Breitensuche Sagt Ja Wie Wie viele Kanten Muss Ich Nehmen Um Dahin Zu Kommen Sind Hier Zwei Das Hier Jetzt Natürlich Mehr Gewonnen Wir Nehmen Jetzt Eins Zwei Drei Vier Kanten Um Hier Rüber Zulaufen Aber Die Gesamt Distanz Ist Geringer Weil Diese Eine Kante Hier Besonders Schwer Ist Also Wir Wissen Wie Der Algorithmus Funktioniert Es Es Einfach Nur Eine Breitensuche Die Leicht Angepasst Haben Dass Wir Überall Mit Gewichten Statt Mit einer Eins Arbeiten Und Ansonsten Hat Sich Da Eigentlich Nicht Viel getan Deswegen Können Wir Here Die Laufzeit Analyse Analyse Und Die Korrektheit Von dem Algorithmus Beweisen Machen wir erstmal die Laufzeit Schauen wir uns den ersten Block hier an Wir müssen erstmal natürlich alles initialisieren Und dann müssen wir eine neue Priority Queue anlegen Wie viel Zeit dauert das? Was denkt ihr? Wovon Kantenzahl lese ich? Andere Vorschläge? Zweimal Anzeige Knoten Knotenzahl? Okay Zweimal Knoten, einmal Kanten Und die richtige Antwort sind die Knoten Ich habe es euch das letzte Mal schon mal gesagt Mal verwendet Statt Betrag von V In der Praxis häufig einfach dieses O von V Das ist technisch gesehen falsch Weil V ja eine Menge ist Und wir die Laufzeiten eigentlich immer durch Zahlen angeben wollen Wir benutzen es jetzt aber trotzdem Wir definieren uns das jetzt einfach so Dass wir das verwenden dürfen Weil es einfach alles ein bisschen Schöner Und übersichtlicher macht Als wenn man da in der Laufzeit Hier 10 Mal noch diese Betragsstriche drin hat Damit man da ein bisschen mehr erkennt Benutzen wir jetzt einfach diese abgekürzte Schreibweise Ab sofort mit O von V und O von E Statt O von Betrag V von Betrag E Die Freiheit nehmen wir uns jetzt mal raus Man muss natürlich ein bisschen vorsichtig sein Weil eine neue Prioritätsschlange anlegen Und da N Zahlen rein zu werfen Das kann natürlich auch schon mal länger dauern Da kann man schon mehr Zeit brauchen als O von V Also wenn ihr euch vorstellt Wir benutzen zum Beispiel einen Heap Und wir bauen uns jetzt diesen Min-Heap zusammen Da ist ja die Laufzeit O von N log N Das heißt hier wäre jetzt die Laufzeit Eigentlich O von V log V Um diese Schlange anzulegen Wir argumentieren hier jetzt Dass das normalerweise in den Datenstrukturen Hier schneller gehen sollte Weil die Knoten ja alle bis auf eine Distanz Und endlich haben Es nehmen alle die gleiche Distanz Also kann man die einfach in irgendeine Reihenfolge reinpacken Solange eben S ganz vorne steht Und daher sollte es nicht länger dauern Aber wenn man sich das nochmal ein bisschen genauer anschaut Muss man hier schon mal sicherstellen Dass man hier nicht mehr Zeit braucht Wir haben eine Schleife Und die Schleife Die betrachtet natürlich jeden Knoten einmal Wir nehmen jedes Mal einen Knoten raus Und wir extrahieren den Das heißt jeder Knoten wird genau einmal extrahiert Wir befinden für jeden Knoten einmal Extract Min auf Hier muss man jetzt die Betragsstriche natürlich da lassen Also wir würden die nur innerhalb der O-Notation weglassen Aber hier werden wir es im normalen Text verwenden Dann braucht man die trotzdem Ansonsten macht es keinen Sinn Und hier drin haben wir jetzt natürlich nochmal eine andere Schleife Dieser Schleifeninhalt Und wie oft wird der jetzt aufgerufen Also dieser blaue Block Wie oft wird der insgesamt aufgerufen Betrag von V Das ist ein bisschen viel Das wäre auch wieder exponentiell Omega von V Omega von V Ist auf jeden Fall richtig Es bringt uns aber nicht viel Um die Laufzeit abzuschätzen Weil das heißt ja Es kann irgendwas Es könnte auch irgendwas riesengroßes sein Ich wollte mal es mit O oder Theta Machen Damit wir dann ein bisschen was anfangen können V plus V minus 1 Ja das ist die Summe von 1 bis V V Fakultät ist aber V mal V minus 1 mal V minus 2 und so weiter Da müssen Sie aufpassen Und das ist dann eher V hoch V Ich glaube Wurzel V hoch Wurzel V Oder sowas Aber irgendwas riesengroßes Ja also im schlechtesten Fall stimmt das V plus V plus 1 und so weiter Aber wir können es dann nochmal ein bisschen besser abschätzen Weil wir gehen hier ja einfach nur die Kanten durch Das heißt jeden Knoten Für jeden einzelnen Knoten Machen wir diesen Block genauso oft wie die Größe seiner Adderzentsliste Und die entspricht einfach nur dem Grad oder dem ausgehenden Grad von diesem Knoten Das heißt für jeden Knoten machen wir das Grad von dem Knoten oft Also insgesamt die Summe aller Grade Und wir wissen die Summe aller Grade In einem umgerichteten Graphen ist es genau zweimal die Anzahl der Kanten In einem gerichteten Graphen ist es einfach nur die Anzahl der Kanten Weil man da jede Kante ja nur einmal zählt Weil man nur in eine Richtung geht Also insgesamt wird dieser Block Theta von E mal zur Anzahl der Kanten mal ausgeführt Und was passiert hier Wir haben hier einfach nur so ein paar Zuweisungen Die sind einfach Aber dieses Decrease Key Das kann teuer sein Je nachdem wie jetzt unsere Implementierung der Prioritätsschlange ist Also dieses Decrease Key Wird insgesamt O von E mal aufgerufen Das heißt wir können uns jetzt diese Laufzeit die dieser Algorithmus hat Naja die können wir uns jetzt genau angucken Die hängt aber davon ab wie wir diese Prioritätsschlange wählen Was wir da für eine Implementierung benutzen Das heißt wir haben jetzt eine Laufzeitanalyse gemacht Aber die tatsächliche Laufzeit Die hängt jetzt halt von dieser Implementierung ab Und die dominierenden Faktoren sind halt Dass wir V mal ExtractMin machen müssen Und O von E mal Decrease Key Sprich Wenn wir einen Graphen haben Dann läuft der Dijkstra Algorithmus In Theta von V mal die Zeit die wir für ExtractMin brauchen Plus E mal die Zeit die wir für Decrease Key brauchen Hört jetzt sehen Ich bin selber nicht konsistent Ich habe hier die Betragsstriche wieder hingemacht V sind die Knoten und E sind die Kanten Genau das ist immer so V sind immer Knoten und E sind immer Kanten Solange es nicht anders angegeben ist Beziehungsweise wenn wir einen Graphen haben Dann ist hier immer ein Tuppel Und das Erste sind immer die Knoten Und das Zweite sind immer die Kanten Das ist natürlich ein bisschen unbefriedigend Und diese Laufzeit hier Weil damit können wir jetzt nicht so nett viel anfangen Das können wir jetzt nicht Wirklich gut mit anderen Algorithmen vergleichen Das heißt wir gucken uns das jetzt einfach mal Für ein paar Implementierungen an Wie dann die Laufzeit so ist Prioritätsschlange N entspricht jetzt der maximalen Anzahl Elemente Die jeweils in der Prioritätsschlange sind In unserem Fall ist das am Anfang Wenn alle Knoten drin sind Dann ist N gleich Betrag von V Und ab da wird es ja immer nur noch weniger Wir können natürlich einfach ein unsortiertes Feld machen Mit einer Markierung Was gerade der kleinste ist Dann können wir Extract Min In O von N Zeit machen Also Theta von N Weil wir ja die Markierung umsetzen müssen Aber Decreased Key können wir natürlich in konstanter Zeit machen Und wir können das hier hinkriegen Indem wir bei Extract Min Lücken im Feld lassen Dann bleiben die Schlüssel einfach an ihrem Platz Und dann haben wir den Direktzugriff Alternativ können wir die Lücken beim Extract Min auch schließen Dann brauchen wir aber nochmal ein zweites Array Oder irgendeinen Verweis Der auf jeden Knoten sagt Wo er denn gerade in dem Array liegt Aber es funktioniert beides Also wir können direkt auf den Knoten im Array zugreifen Und können dort den Schlüssel reduzieren Und den Pointer hier Für das Extract Min Oder den Index Einfach aktualisieren Wenn wir uns also die Laufzeiten hier reinpacken Das N hier ist ja Wie man sehen Einfach nur Betrag von V Dann haben wir hier V mal V Plus E Also die Laufzeit hier Ist jetzt V Quadrat plus E Wenn man ein unsortiertes Feld verwenden Welche Implementierung haben wir noch kennengelernt Für Prioritätsschlangen? Der Heap, genau Der Heap war bisher so ziemlich das Beste Was wir hatten für die Prioritätsschlangen Dort kann man Extract Min in logarithmischer Zeit Und Decrease Key auch in logarithmischer Zeit machen Bei Decrease Key müssen wir hier Ein bisschen aufpassen Weil wir müssen halt sicherstellen Dass jeder Knoten natürlich Weiß, wo er ist Wir können zwar im Heap nicht suchen Aber wenn jeder Knoten Eben nochmal einen Verweis An seine Position im Heap hat Dann können wir das direkt machen Wir müssen ja immer bedenken Wir haben im Heap ein Objekt Das Objekt besteht aus einem Schlüssel Das ist jetzt die Distanz Und aus dem Wert Das ist der Knoten selber Also dieses Heap Objekt Das hat einen Pointer auf unseren Knoten Aber wenn wir den Algorithmus durchlaufen lassen Dann finden wir ja nur den Knoten Und nicht das Objekt, das am Heap liegt Das sind zwei unterschiedliche Dinge Also wir müssen von unserem Knoten Den wir gefunden haben Jetzt auch wieder einen Pointer zurück haben Auf dieses Element Das im Heap steckt Damit wir darauf zugreifen können Das ist dann also ähnlich Nicht wie bei so einer doppeltverketteten Liste Wir haben die Pointer immer in beide Richtungen Dass wir in beide Richtungen springen können Wir wollen vom Heap Objekt Zum Knoten springen können Und vom Knoten wieder zurück zum Heap Objekt Damit das funktioniert Setzen wir es erstmal hier ein Wenn wir hier Log N haben Dann haben wir V mal Log V Und hier haben wir E mal Log V Also die Laufzeit ist E plus V mal Log V Und das verglichen mit der Breitensuche Bei der Breitensuche hatten wir nur E plus V Also nur V plus E ist das gleiche Heißt hier ist jetzt so ein logarithmischer Faktor Dazu gekommen mal Log V Das ist auch fast das Beste Aber es gibt noch eine andere Datenstruktur Der sogenannte Fibonacci Heap Der kann in amortisierter Laufzeit O von Log N Was das genau bedeutet Das lernt man in Ich glaube zwei Wochen kennen Aber das bedeutet im Prinzip Ja die Es kann in einem Schritt mehr dauern Aber wenn ich das N mal ausführe Dann dauert es im Durchschnitt ebenso lang Und die Greisky schafft er eben amortisiert ein bisschen schneller In O von 1 Zeit Und wenn wir das jetzt einsetzen Dann haben wir hier V mal Log V Plus E Also E plus V Log V Und indem man das mehrfach aufsummiert Also wir brauchen im Schnitt Für N Operationen Jeweils O von 1 Und hier O von Log N Da kommt man hier auch auf die Worst Case Laufzeit Da fliegt dieses amortisiert wieder raus Das ist einfach nur eine extra Analyse Ihr könnt euch so vorstellen Ihr macht N mal was Am ersten Mal kostet euch das N Zeit Das heißt die Worst Case Laufzeit ist O von N Aber in allen anderen Schritten Kostet euch nur Zeit 1 Und wenn man jetzt über alle N Aufrufe drüber geht Dann hätte man da nur Zeit 2N gebraucht Also im Durchschnitt eine 2 Das ist dann dieses amortisiert Sagt ja es kann zwar manchmal schlechter sein Aber wenn ich es ganz oft mache Dann brauche ich im Schnitt halt nur Logarithmische oder nur konstante Zeit Diesen Fibonacci Heap Den werden wir in der Vorlesung hier aber nicht kennenlernen Das machen wir in der Master Vorlesung Das interessiert fortgeschrittene Algorithmen Da machen wir unter anderem eben diese Datenstruktur Für den Fibonacci Heap Wenn man auf diese Laufzeit hier kommt Für jetzt gehen wir einfach davon aus Ja wir benutzen den Heap Aber wir wissen halt es geht auch schneller Damit Das heißt Das hier ist das Beste Was man bisher kennt Das ist die beste Dijkstra Laufzeit Aber wir können in einem Graphen Der Gewichte hat In Zeit O von E plus V log V Die kürzesten Wege von einem zu allen anderen Knoten berechnen Und das nennt man auch das SSSP Problem Das steht für Single Source Shortest Path Also einzelne Quelle Wir haben einen Startknoten Aber wir wollen einen kürzesten Pfad zu allen anderen Es gibt da auch noch APSP Das steht für All Pairs Shortest Path Da wollen wir von jedem Startknoten aus Zu jedem anderen Den kürzesten Weg finden Und nicht nur von einem einzelnen Startknoten aus Okay Wir haben also den Algorithmus beschrieben Wir haben die Laufzeit rausgefunden Aber Ein was Wichtiges fehlt uns natürlich noch Nämlich Dass das was wir hier machen Eigentlich auch richtig ist Und das was wir hier machen Ist tatsächlich nur richtig Wenn die Zahlen größer gleich Null sind Also wenn man Wege hat Wenn man Kantengewichte hat Die nicht negativ sind Sobald wir hier negative Kantengewichte haben Wird der Algorithmus scheitern Gucken wir uns einfach nur diesen Kreis hier an Und gehen wir davon aus Die haben alle Gewicht minus 1 Da wird man bei S starten Die beide kriegen jetzt Distanz minus 1 Das reicht sogar schon mit dieser Kante hier hin und her Deswegen kriegt das Distanz minus 1 Jetzt kommen wir bei R an Und sehen Wenn man von S nach R und wieder zurück geht Dann kostet uns das minus 1 Nochmal minus 1 Das ist die Distanz hier minus 2 Aber mit S weiter Finden wir raus Wenn wir die Kante nehmen Kommen wir mit minus 3 hier an Dann kommen wir wieder bei R an Und sehen Mit dieser Kante sind wir bei S bei minus 4 Dann kommen wir zu R mit minus 5 Und dann laufen wir die ganze Zeit hin und her Und der Algorithmus hört gar nicht mehr auf Und reduziert eigentlich die ganze Zeit Nur die Distanzen zu allen Und dementsprechend wenn man hier jetzt irgendwo einen Kreis hätte Wo die Distanzen eben negativ sind Dann kann man jeden Pfad einfach verkürzen Indem man durch diesen Kreis läuft Oder mehrfach durch diesen Kreis läuft Sobald wir Kreise mit negativen Kantengewichten haben Gibt es gar keine sinnvolle Lösung Aber sobald wir nur eine Kante mit einem negativen Gewicht haben Funktioniert der Dijkstra-Algorithmus schon nicht mehr richtig Es gibt dann andere Algorithmen Das ist Delta von UV Die Länge eines kürzesten UV-Wegs Falls der erreichbar ist Ansonsten ist es unendlich Und wir haben bei der Breitensuche ausführlich bewiesen Ja die Distanzwerte sind Immer größer gleich dem Delta Und dann kann man auch beweisen Dass es kleiner gleich dem Delta ist Wir gehen jetzt mal davon aus Ja die Distanzwerte Die sind einfach immer größer gleich diesem Delta Also diesen Schritt Den überspringen wir jetzt mal Das ist der gleiche wie bei der Breitensuche Aber wir wollen halt jetzt noch zeigen Dass das was wir rauskriegen am Ende Dass hier eben immer genau die richtige Distanz drin steht Wir nehmen hier jetzt einen vereinfachten Fall Wir nehmen jetzt eine vereinfachte Annahme Die uns den Beweis einfach ein bisschen leichter macht Und zwar wir gehen jetzt davon aus Es gibt irgendeine Nummerierung der Knotenmenge Sodass die kürzesten Distanzen von S Alle unterschiedlich sind Und wir haben die aufgereiht Der kürzeste aus der nächsten zu S Ist V1 Der da am weitesten weg ist Ist VN Im Allgemeinen steht da natürlich nur kleiner gleich Also es kann auch drei Knoten geben Die beide Distanz 2 haben Da spricht nichts dagegen Aber für den Beweis Gehen wir jetzt einfach mal davon aus Das ist nicht so Sondern wir haben nur einen Der hat Distanz 2 Wir haben höchstens einen Der hat Distanz 3 Und so weiter Ansonsten muss man dann nochmal so ein paar Extra Fälle durchgucken Dann müssen wir jetzt jedes Mal gucken Ja welcher ist jetzt der Der hat mal angeschaut Hat welchen Weg muss man gehen Das macht es eigentlich nur Nerviger Aber die Beweisidee ist genau die gleiche Wir haben hier eine große Schleife Das heißt Wir wollen natürlich eine Schleifeninvariante aufstellen Und für diese Schleifeninvariante Also zu Beginn des Karten-Durchlaufs dieser Schleife Wollen wir, dass drei Dinge korrekt sind Und zwar Für alle Knoten V1 bis VK Gilt, dass wir bisher die richtige Distanz In diesen Knoten reingeschrieben haben Also die Distanz D, die wir ausgerechnet haben Ist der tatsächliche Länge Als kürzesten Wegs von S zu diesem Knoten Also bisher haben wir alles richtig gemacht Sagt das Das zweite sagt In unserer Schlange Haben wir noch genau die Knoten VK bis VN Also alle Knoten V1 bis VK minus 1 Für die wir schon die richtige Distanz haben Die haben wir vorher schon entfernt Die sind jetzt blau Die wurden schon wieder aus der Schlange rausgeworfen Das heißt insbesondere auch Dass sich für die dann auch nichts mehr ändert Und das dritte ist Der Knoten VK Ist der nächste Den wir hier entnehmen Also das Unter allen in der Prioritätsschlange Hat der den geringsten Schlüssel Das heißt Unser Algorithmus wird jetzt als nächstes Den Knoten VK entnehmen Und stehen bearbeiten Und im Endeffekt läuft es dann darauf raus Wir haben überall die richtigen Distanzen Wir haben die Knoten in Reihenfolge V1 bis VN entnommen Und damit haben wir alles richtig gemacht Fangen wir an mit der Initialisierung Wir initialisieren ja hier oben Also für jeden Knoten Außer S wird die Distanz auf unendlich gesetzt Bei S wird sie auf 0 gesetzt Und alles kommt in die Prioritätsschlange Also überprüfen wir diese drei schleifenden Varianten Wir haben den ersten Durchlauf unserer Weilschleife Das heißt unser K ist gleich 1 Es muss also gelten V1.D ist gleich Delta von S V1 Wenn wir uns jetzt die Knoten anschauen Der Knoten der am nächsten bei S ist Dadurch dass wir keine negativen Kannengewichten haben Ist natürlich S selber Und die Distanz von S zu sich selber ist 0 Bei der Initialisierung setzt man den D-Wert von S auch auf 0 Also stimmt das hier auf jeden Fall schon Also für unseren V1 Was unserem S entspricht Gilt die Distanz, die wir gespeichert haben Ist auch gleich der tatsächlichen Distanz Gehen wir die nächsten zwei durch Die Prioritätsschlange enthält genau die Knoten VK bis VN Denn K ist 1 Also es enthält genau die Knoten V1 bis VN Stimmt natürlich Wir haben alle Knoten in unserer Prioritätsschlange Und VK, also V1 ist Feindmin Naja, Distanz von S ist 0 Alle anderen haben eine Distanz unendlich Das heißt S hat den niedrigsten Schlüssel Also stimmt drittens am Anfang Bekanntlicherweise ist aber natürlich die Initialisierung Der einfache Teil Das Interessante Schieben wir das jetzt mal ein bisschen hoch Damit wir mal wieder Platz haben Ist die Aufrechterhaltung Also wir gehen davon aus Bis zu einem gewissen Punkt Für die ersten K-1 Weil Schleifendurchläufe gilt diese Schleifen in Variante Und wir gehen jetzt in den Karten durch Auf der While Schleife Und wollen beweisen, dass die Schleifen in Variante Dann immer noch stimmt Und wir machen das wieder schrittweise für die drei Dinge Und wir betrachten jetzt unseren Knoten K Und den kürzesten Pfad Den es in unserem Graphen gibt Von S nach VK Der schaut jetzt zum Beispiel so aus Der muss nicht eindeutig sein Es kann auch mehrere geben Es kann sein, dass wir hier irgendwo anders laufen können Und dann mit der gleichen Distanz bei VK ankommen Aber wir nehmen uns irgendeinen aus Schauen wir uns den Pfad an Dann gibt es hier jetzt irgendeinen Vorgänger auf dem Pfad Das ist unser VI Das könnte auch S selber sein Wenn man direkt von S zu VK läuft Was muss denn jetzt hier für diesen Vorgänger gelten? Also insbesondere, was muss denn für I gelten? Wissen wir da irgendwas drüber? Wie groß kann ein I sein? Wie kleiner K? Ja, warum? Ja Also, wenn man Einfach nur den kürzesten Weg von S nach VK Und anschauen Und VI da vorher kommt Diese Kante hier Hat ja irgendein positives Gewicht Also es kann auch nicht 0 sein Ansonsten hätten wir die gleiche Distanz, was wir ausgeschlossen haben Also muss die Distanz hierhin Also muss die Distanz hierhin Dieses Delta von S VI Muss kleiner sein als die Distanz von S nach VK Was ja genau Delta von S VI plus das Gewicht dieser Kante ist Und nachdem wir die so sortiert Nach ihrer Distanz sortiert haben Kommt der natürlich vorher Das heißt I ist kleiner K Das bedeutet aber Aus der Schleifeninvariante Wissen wir Dass zu dem Zeitpunkt, wo wir VI angeschaut haben Dass da alles korrekt war Also wir wissen aus erstens Erstmal Die Distanz, die wir hier hingeschrieben haben Die ist auch die tatsächliche Distanz Das steht ja hier Für alle I kleiner gleich K Muss das, was wir hingeschrieben haben, richtig sein Und jetzt gucken wir zurück Der Schleifendurchlauf Wo wir VI rausgenommen haben Das ist also der I-te Schleifendurchlauf Und zu dem Zeitpunkt ist U gleich VI Wir schauen alle seine Nachbarn an Einer davon ist VK Also schauen wir den Zeitpunkt an Wo V ist gleich VK ist Also wir betrachten jetzt die Kante Von VI nach VK Und hier haben wir jetzt Die Distanz von VK gesetzt Nämlich auf den D-Wert Den wir in VI haben Plus das Gewicht dieser Kante Wir haben also gesetzt Distanz zu VK Ist gleich Distanz zu VI Plus Gewicht der Kante VI, VK Das passiert an dieser Stelle hier Jetzt wissen wir Von hier Das hier ist auf jeden Fall das Richtige VI Punkt D ist genau die Distanz Von S nach VI Also können wir das hier ersetzen Wir haben Delta von SVI Plus das Gewicht dieser Kante Und jetzt sind wir davon ausgegangen Das ist ein kürzester Weg von S nach VK Das heißt die Distanz von S zu VK Entspricht genau der Distanz von S zu VI Plus dem Gewicht dieser Kante Das heißt aus unserer Zeichnung hier folgt Das hier ist genau die Distanz von S nach VK Und nachdem für alle anderen aus unserer Schleifeninvariante Von 1 bis K-1 das gilt Wenn wir jetzt gezeigt haben Das gilt für VK auch Folgt hier jetzt unser Erstens Also wir haben jetzt auch für unseren VK Auf jeden Fall die richtige Distanz Können wir uns sicher sein Und für alles was wir vorher gefunden haben auch Was man nochmal erwähnen sollte ist Es wird ja in diesem Algorithmus Nie dieser D-Wert Diese Distanz wird erhöht Der wird nur verringert Immer nur wenn wir was Kleineres gefunden haben Wird er aktualisiert Aber der kann nie größer werden Das heißt sobald einmal die Distanz richtig gesetzt wurde Kann die sich eigentlich nicht mehr ändern Wir können nichts Kleineres finden Weil es ja keine kleinere Distanz gibt Wir können es nicht vergrößern Weil nie vergrößert wird Das heißt sobald einmal dieser D-Wert richtig ist Ist er für immer richtig Gut Wir haben es erstens bewiesen Brauchen noch zweitens und drittens Wir schauen uns jetzt nochmal Den Schleifendurchlauf an Den wir vorher hatten Und in dem Schritt Und in dem Schritt enthielt Q genau die Knoten Vk-1 bis Vn Laut Schleifeninvariante Laut drittens haben wir Vk-1 entfernt Also gilt jetzt Es enthält genau die Knoten Also gilt zweitens natürlich auch Und für drittens Das ist auch relativ einfach Wir schauen uns jetzt irgendeinen Knoten an Wo Vl Weil das L größer ist als K Also einer der später kommt Dann gilt Die Distanz zu diesen Knoten Ist Größer gleich Der Also der D-Wert Den wir bisher gesetzt haben Der kann nicht kleiner sein Als die tatsächliche Distanz Ist das größer gleich Nach der Sortierung Die wir gewählt haben Ist das ja Größer als die tatsächliche Distanz Zu Vk Und wir haben schon bewiesen Dass das genau die Zahl ist Die wir hier reingeschrieben haben Also der D-Wert von Vk Ist genau Die tatsächliche Distanz Das heißt Für alle anderen Knoten Die jetzt noch In unserer Schlange drin sind Gilt Die haben einen höheren Schlüssel Also Wird korrekt Als nächstes Vk genommen Und es bedeutet jetzt Wenn wir zur Terminierung kommen Wir haben Den D-Wert richtig gesetzt Für jeden einzelnen Knoten Wenn wir hier bei n angekommen sind Haben wir überall Den richtigen Wert hingeschrieben Und haben damit auch Richtig Unsere Distanzen gesetzt Und insbesondere Haben wir die Knoten Halt auch genau In der Reihenfolge Ihrer Distanzen Hier immer entfernt Was aus drittens folgt Die Knoten sind blau geworden Sortiert Nach der Distanz Von S Und damit Arbeitet unser Algorithmus Korrekt Also aus erstens Also können wir uns sicher sein Und das war's dann auch schon für heute Wir haben nochmal eine kleine Übersicht Zu allgemein Zu allgemein kürzesten Wegen Nach vorne geschrieben Nach vorne geschrieben Meistens schreibe ich die Knoten nach vorne Aber hier zum Vergleich Was so angenehmer Wenn wir nicht negative Kantengewichte haben Dann können wir den Algorithmus von heute Verwenden Den NaExtra-Algorithmus Der ist ein kleines bisschen langsamer Da ist die Laufzeit E plus V Log V Wenn wir einen A-zyklischen Graphen haben Also Einen Graphen Auf dem es keine Kreise Oder ein gerichteter Graphen Auf dem es keine Gerichteten Kreise gibt Dann können wir diese Distanzen Auch einfach mit der Topologischen Sortierung berechnen So wie wir das das letzte Mal In Vorlesung 17 gemacht haben Da kriegen wir dann Wieder Laufzeit E plus V Und das funktioniert auch dann Wenn man Kantengewichte hat Die nicht alle 1 sind Also wenn wir einen Gewichteten Graphen haben Dann können wir trotzdem Einfach diese Topologische Sortierung Anwenden Muss dann nochmal ein bisschen Aufpassen Dass man alles richtig setzt Aber man braucht eben Diesen Log Faktor nicht Wenn wir jetzt Negative Kantengewichte haben Dann gibt es Den Algorithmus Von Bellman und Ford Der hat Laufzeit E Mal V Und der kann das Problem Dann trotzdem lösen Die beiden Von dem ganzen Faktor Langsamer Das hier ist jetzt alles nur Wenn wir einen Startknoten haben Und von dem aus Wollen wir kürzesten Wege Überall hin finden Oder zu einem bestimmten Knoten Können wir uns natürlich auch Für alle Knotenpaare machen Wir können fragen Für jedes Paar Von Knoten Was ist der kürzeste Weg Und da können wir natürlich Einfach für jeden Knoten Aber da gibt es noch mal Ich will jetzt nicht nur Das Dijkstra Solange unser Knotenpaare Nicht zu groß Normalerweise Wenn man das machen würde Würde man irgendwie K mal E plus V Log V haben Weil man da immer noch Irgendwie sicher gehen muss Dass man nichts doppelt nimmt Was nicht so einfach ist Und da kriegst du mit einem Zusätzlichen Additiven Faktor von K hin Dass er auch die K Kürzesten Pfade findet Das ist zum Beispiel Die 10 Kürzesten Pfade Asymptotisch Der gleichen Laufzeit Wie Dijkstra Da ist schon ziemlich cool Ja ungefähr Aber übrigens Spricht mal Epstein aus Weil er Amerikaner ist So das war es für heute Nächste Woche Wollen wir uns dann Noch mal anschauen Wie man denn Diesen Dijkstra Algorithmus Verbessern kann So als Kleiner Spoiler Gehe hier einmal kurz In die Stelle Wenn wir uns einfach Dieses Graphennetz Nehmen Und Wir führen darauf Den Dijkstra Algorithmus aus Wenn wir vom Start Zum Endknoten Kommen wollen Dann sind die ganzen Blau markierten Kanten Alle Kanten Die sich der Dijkstra Algorithmus Anschaut Um hier rüber zu laufen Und das auch schon Mit der Anpassung Wenn man abbricht Sobald man ihn gefunden hat Aber das schaut sich halt Fast das ganze Straßennetz an Aber wir finden Das nächste Mal noch Einen Algorithmus Der ein bisschen schneller ist Der schaut sich nur so viele Kanten an Und dann hoffe ich Da freut ihr euch drauf Und wir sehen uns Nächste Woche wieder Und dann